hey liebe waldes brudis und herzlich willkommen zu secret of mana ich habe es mit dem andre im stream gezockt und ja hier sind die livestream aufnahmen davon bzw in parts gehabt und nun viel spaß wo man das einstellen kann ich finde wir haben einfach zwei kontrolle angeschlossen nur war mit der co-op oder der zweite controller war schon angewendet und als sie dann praktisch in die puppe kamen konnten dass sie direkt waren ach du scheiße spieler 2 ist dann übrigens rosa aber vielleicht habe ich auch noch wenig leben das kann sein zum beispiel 30 30 ich bin erst ein level aufgestiegen wo kommen wir haben später genug geld zum schlafen gehen sie jetzt ineinander okay alles klar das war früher nicht sprich wer im schlafen wer im schlafen und die helft und wundervolle ich klicke schön das ist doch so ein kabel das ist doch ja eigentlich ist es auch nicht für den rufen gedacht aber es tut gerade echt gut naja wer maunst auch hat er das gesagt habe ich nicht gesehen ich will doch nur drücken damit der text voll da ist und jetzt schon weiter geht tja verstehe ich bin richtig ja das geht in den meisten spielen nicht hier das war früher genau das war früher genau ich darf immer noch ohne Bettdecke da wie kann ich jetzt den charakter wechseln ich wollte wahrscheinlich mit drei gehen wir dann wenn der nächste da ist. Gut. Weitervermognadlose Dewe, jawoll. Bin ich weggelaufen? Ja, entscheidend. Ja, den haben wir es gezeigt. Hilfe! Da! Ja! Gut. Gut, hab ich gesagt. Oh, den. Was war das? Ich hab ne Nachricht gekriegt. Achso. Mach mich wieder Ton an, ich seh nix. Warum ist ich gerade da? Bin ich auch schön? Ja, können wir. Aber ich würd's auch machen. Klar. Ich würd's aber eher wie bei LOL, eher ohne Himmler. So. Und auf eine neue Dimension. Das Gebiet ist scheiße. Für Füchse. Und über die Peitsche. Und Schiss. Nur Knuckles. Ja. Wo hat euch die Peitsche plötzlich nehmen? Keine Ahnung. Ja. Du warst richtig bei den Wochen. Ja. Hä? 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 Gen Themeion Von drum'nzug. Na gut. verein. Hä? Hä? Vielleicht müssen wir sie im Job noch kaufen. Die Peitsche. Das ist möglich. Hä? Kann ich orphanen sagen? Und ich bin immer noch rosa, halt bei uns. Sehr schön. Gut. Gut. Da. So geil. Aber müssen wir nicht irgendwie zu den Zwergen? Ja, aber. So? Nee. Ja. Das kannst du. Ding benutze die in den Land so. Ich bin einfach. Heuauau. Okay. sagst du mir auch nur weil du noch unbedingt ganz schön ist es dann war man müsste so viel schneller wirst du schon die waffen bekommen und wir sind ja vor und runter alles klar gut aufgepasst weil ich sage ja kurz ist auch am start also es war die abkürzung das gleiche treffen hat echt mehr schaden ich bin tanky heute war mal ein krill jawohl auch so richtig? die Stadt wollten wir aber zurück, ne? und gucken ob wir uns ein Pogo, äh, eine Palsche kaufen. kann ich nicht irgendwie, äh... aber... wird auch fast eingeladen. ach, stimmt, ich kann sie ja selber schreiben machen. komm oh, da Ah, was ist das... Hm. Das ist schon mal keine falschen. Es gab aber noch eine Ausrüstung. Oder wollen wir noch einen Komfortzug? Falls es kalt wird, ja? Okay. Wunderbar. in wann ja nach unten nicht aber unten war auch raus muss man erst hier lang da war doch das ist so ich hab keine Ahnung mehr gehabt. Auf der Stelle hoffe ich immer wieder fest, ne? Muss man weiterkommt. Muss man noch mal machen, oder? Willst du nur noch mal den König fragen? Ja, genau. Hier machen wir Schluss. Ich bin hängen geblieben. Ja, hier. Ja, hier. Hallo. Oder Crema? Sie wollen also kein Geld verdienen? Kein Problem. Dann muss man noch mal weiter zurück. Ich weiß es nicht mehr. x- Das pass' ich nicht auf, was wir machen müssen, und dann das. dass jemand die die der 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 die der der das Was? Genau. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ja gut. Klar. Ja, okay, aber... Wir wollten ja dahin, wo der Duller Kind ist, aber ohne Peitsche kommen wir nicht weiter. Daddy, was soll das? Ja, vielleicht wohl nie erfahren, was das soll. Ohne Daddy? Ja. Vor allem, es ist sehr suspekt, warum du deinen Daddy fragst, wo deine Peitsche ist. Ja, gut. Irgendwas sollt ihr machen. Ja. Was ist hier drin? Ach, da war das Feuerraum. Naja, so weiter. Scheiße. Das ist eine Peitsche. Das ist eine Peitsche. Ja. Ja. Können wir mal rufgehen. Das werden wir mal müssen. Ich würde sagen, André, was soll das? Leider war ich das. Oh, sehr schön. Hier auf der Maulie, bestimmt eine Peitsche. Also... Mensch, ey, das war ja richtig, also... Das war ja ein richtiger Erfolg. Das war ja ein richtiger Erfolg, würde ich sagen. Und wenn wir noch mal zum Wassertempel gehen und da haben wir noch Fragen. Irgendwo muss das sein. Das ist gut, eben. Das ist eine Peitsche. Was ist das, weiß ich denn? Das ist das. Sag mal einfach eine Peitsche. Ach, das ist doch... Ach, das war die eulenden Kinder. Das muss eine Peitsche sein. Mami, nein! Nicht schon wieder! Das sieht ja wohl nicht mehr. Über hier. Was ist nichts besonderes? Zur Müde, zur Peitschenden Müde oder so. Nein, das war der Sadomaser-Typ, aber nicht. Na gut! Gut, dass es schon so lange her ist. Ich glaube, das werden wir heute noch aufpassen. Ja, sehr schön. Waren wir da schon drin? Ja, waren wir. Ich habe nur nicht gesehen, wo ich hinlaufe. Guckst du auf die Karte an? Das ist nichts. Hallo! Oh, die ist alt, ja, eine Peitsche. Wir wollen in einer guten Seele. Wir wollen jetzt langsam sind die Engel. Gut, ja. Deswegen müssen wir hoch zur Peitsche. Wo sollte man sonst eine Peitsche verstecken? Ja, natürlich. Oh! Hallo, Pamela! Hallo, Pamela! Das ist wirklich was. Gut, Prima! Hast du doch keine Ahnung? Ja, toll. Sie hofft das. Was bringt uns das, wenn sie hofft? Keine Ahnung. Man hofft mal, dass das eine wertvolle Information war. Ja. Ah. Guck mal nach links, ob da noch was ist. Ah, schlicht die Ahnung. Was ist denn hier unten? Genau, was ist denn dort? Genau. Wir werden es erfahren. Hier ist wunderbar. Das hört sich richtig an. Gut. 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 Ach, die Biene, ja. Da liegt der Krieg. Okay. Das Speer konnte immer mehr anstreppen. Ja. Das Speer auch, muss er nur. Ja, klar. Wow. Ah, okay. Gut. Schau. Wie geht das schon? Ja, schau. Aha, die Luft ist ja. Wir reden. Ja, aber, ja. Wie selbst noch, so. Hallo! Gut. Hallo. Es geht voran. Oh, ich hab gerade geguckt. Ja. Ja, was troppen können. Ich hab jetzt noch mal. Ich troppe mir so viele Kisten angeblich. Uh. Oh. Okay, können wir machen. Oh. 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 Oh, du bist tot. Und ich? Okay. Tja, ne? Ähm. Warte mal. Ja, ich hab keinen so'n Ding. Ja, mach da nix. Hm. 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 Ich weiß gar nicht. Hallo, komm mal hier. Komm mal mit. Hm. In einem Dorf? Ja, mach mal hier. Kammerpett oder? Ja, schon. Ich bin aber gerne tot. Alter, ja. Das dreht schon ja alles ein. Tick. Ich fucke. Tick. Zehn Volt ist okay. Voll die Goldverschwendung. Naja. Deine Bonbon eine Goldverschwendung. Naja, das kann wahr. Doch, aber sowas von. Wow. Nein. Was? Bloß nicht speichern. Speichern. Böse. So, jetzt rückst du das schon wieder. Nein. Ruf. So. So. Ich werde weiter trainieren. Naja. Alles richtig. So, meine lieben Wolfsbrudis. Das war's für heute und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und bis dorthin. Tschüdüdü.